hallo und herzlich willkommen zurück hier bei perspera und wir wollen die autorisierung erhalten für sa1 freie schaltung das ist hier oben denn wir gehen davon aus dass da feinde herkamen und sollen irgendwie mal checken ja ob das auch wirklich so ist so wir haben hier ein thronen stock der ist jetzt wieder aufgefüllt auf 100 so viel haben wir gar nicht gebraucht gehabt eigentlich also findet was unser stahl wie immer niedrig ansonsten ist alles okay ich habe einen kleinen fehler letztes mal gemacht aber ist eigentlich nicht mal der rede wert wir haben zwei raumhäfen wir importieren noch reibhausgase und wir wollen ja den sektor hier freischalten das dauert noch ein bisschen okay ist aber schon in arbeit sehr schön das ist sandsturm aktiv hier ist ein sandsturm aktiv wo ist hier ein sandsturm aktiv ich bin blind hat doch ein bisschen raus geht sieht man ein bisschen sand hier hier ist ein sandsturm aktiv na gut sieht aber nicht so krass aus so werden nämlich jetzt drei sektoren wir haben hier neuen sektor und hier haben wir unseren sektor da sind wir sogar noch am ausbauen wir haben bessere kampf drohnen schilde erforscht okay wir schauen mal was uns nicht ganz so viel kostet die wasser das wasserversorgungsnetz sammelt wasser aus gewässern und verteilt es an farmen bio kuppeln und städte das ist schön wir haben aber noch nicht mal was in diese richtung denn wir haben gar kein wasser wenn wir denn da wasser wasser punkten gefrierwerk nun gut wir können es ja mal erforschen oder wir erforschen erst mal das hier und machen den kampf ohne limit hoch wenn wir uns schon so kurz vor der kampf befinden man weiß es ja nicht so hier wird noch schön nahrung verteilt okay und hier sollte er noch gebaut werden die relais station er braucht halt stahl stahl ist so ein ding bei uns da ist noch ein treibstoff eine alte treibstoff raffinerie und hier haben wir auch noch ein paar infos sie unten aber ich ja gerne noch hingegangen das letzte mal deswegen habe ich gesagt das ist mir ein kleiner fehler unterlaufen und wir sind ja noch fröhlich am scannen ja auch hier muss noch ordentlich gescannt werden ich hier wird eigentlich ganz okay gescannt sie 123 scanner da ist ja auch noch einer genau das kennt auch noch okay das ist okay dass das blaue hier ist weiß ich nicht und was das hier ist weiß ich auch nicht aktuell weiß ich nicht kann ich gerade nicht nachvollziehen okay wie dem auch sei wir warten glaube ich auf diesen sektor oder wir schauen so lange in der zeitpunkt sie reflektiert ja was sollte ein gedankengang fehlerhaft sein ja da gibt es einiges der strom weicht wieder wir sollten hier mal gucken nach der energie hier ist es okay da haben wir auch nichts neues was wir bauen hier geht er natürlich runter hier bauen wir noch eine relais station irgendwas scheint hier das kann natürlich jetzt auch der sandsturm seien da ist noch eine wartungsanlage also ich sehe jetzt keine können hier vielleicht noch einen windpark bauen und zwar wohin das jetzt hier will ich eigentlich könnten hier einen hinbauen vielleicht so dann haben wir hier mal ein bisschen ein bisschen bessere verbindungen vielleicht und dann gehen wir auf die andere seite und hier möchten wir mal schauen da haben wir die relais station aber das eisen wird hier gerade für andere dinge wahrscheinlich verbraucht auch hier noch in straße hier soll auch noch eine straße ausgebaut werden immer eine stahlfabrik und hier haben wir auch eine stahlfabrik und wir haben deutlich zu wenig eisen auf der seite hier wir haben ja auch kein eisen vorkommen einziges hier oben glaube ich das ist eine wartungsanlage hier noch aluminium hier haben eine eisenmine aber die wird kaum bis gar nicht benutzt oder wie sehe ich das schauen wir mal den verkehr hier an er ist überhaupt gar kein verkehr hier fehlt strom da wird sie dir was warum fehlt da jetzt auf einmal strom geht es fehlt auf der seite auch auf einmal strom vielleicht sollte man doch mal einer somat oben ding bauen aber ich bin ja nicht so weiß ich nicht muss das sein können ja mal hier noch mal bauen dass man das auch mal hier ein bisschen mit rein nehmen gut ja wir wollen den sektor hier freischalten dauert noch zwei monate lassen wir einfach mal ein bisschen schneller laufen dann dürfte das funktionieren der hier braucht noch einen monat oder zirka ein bis zwei monate vielleicht mit dem thg import dann haben wir noch die weltraum spiegelanlage und einen zusätzlichen landeplatz ich glaube das wäre richtig gut das sollte man mal denn machen wenn das hier beendet ist was kann ich zu einer irrationalen schlussfolgen gelangen in the event of an erroneous information conclusion could be reached but that would not be any fault of my logic only the input sources that would explain where dr foster needs to debug genau dr foster ist schuld zusätzlich aus ist ja auch viel besser borschung abgeschlossen ja das ist alles schön wir machen mal noch schneller denn wir wollen den thg import stoppen so jetzt haben wir den thg import und den sektor jetzt haben wir erst den sektor freigeschaltet und was haben wir da eine riesige stadt leute hauen mich um es sind ja knapp 200 hier vernichte die unautorisierte basis in sa 1 krieg dazu keine information okay verteidigung aufbauen oder soll ich also force is a complete unknown i should be prepared for anything i can prepare to attack as well as build up defenses and decide later on what to do okay ja gut das ist jetzt eine gute frage ne wir schicken die jetzt mal hier hin nee die will ich ja hier hin schicken die da auch genau die sollen sich mal ein bisschen zusammentun hier weiß nicht ob das reicht ich glaube ich sollte noch mal so einen drohnen pack hier so einen drohnen stock bauen ich bin ja auch am militär forschen dann lasst uns doch noch mal so einen drohnen stock bauen und zwar hier irgendwo dass man das auch geschützt haben auch mal hier genau das sieht doch gut aus brauchen wir da noch mal einen drohnen stock dann warten wir mal auf die 100 drohnen von unserem anderen teil hier und dann greifen einfach mal an ich weiß auch nicht das steht ja auch wenn nicht dann was soll ich machen ja gut gehen wir mal ins orbit noch mal denn jetzt haben wir das ja alles hier durch dann machen wir noch mal zusätzlichen lande platz und machen doch noch mal den thg import genau so mehr können auch gar nicht tun nun dann warten wir mal bis die 100 drohnen da sind oder müssen wir noch mal schauen ich habe jetzt hier 100 drohnen wenn ich diese hier die alle mussten der eine habe ich als habe ich 101 schön da hat sich dem anderen angeschlossen jetzt habe ich nur zwei ok alles klar dann nehmen wir mal die 200 und schon hier einfach mal rein würde ich sagen was soll ich jetzt hier vernichten das ist die große frage wir greifen jetzt einfach mal den drohnen stock an wir schauen jetzt mal was passiert das sind aber 200 und die wachsen ja wie nichts hilfe ist ja warum warum sind es auf einmal so viele okay wir können ja keine ahnung okay jetzt verteilen die sich na gut dann greifen wir mal hier die 50 an was die mit die die wo mehr sind sind dann noch 100 die fliegen jetzt gerade zurück okay das könnte eigentlich funktionieren weil wir recht stark sind kommen dann noch mal fünf sie greifen uns auf jeden fall an warum auch immer das wissen wir immer noch nicht das dauert ganz schön lange nein 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 nicht zurück die da angreifen das kampfsystem ist noch ein bisschen salzsam so jetzt gab man die da an eben die damit das sind auch noch mal fünf die nehmen natürlich auch mit so und die pumpen sich schon wieder auf okay ja das dürfte man auch hinkriegen oder wissen schneller verbessert okay ganz kurz hier zack zack auswahl ausstehen dass man natürlich hier gleich weitermachen dann lasst uns doch mal dieses bei tech hier das forschen in der zeit so die greifen hier sind forschungsposten an das ist ja sehr unfreundlich da sind nämlich leute von menschen drin das darf natürlich sollte auf keinen fall so sein so jetzt aber hier fünf wenigstens schon mal was machen die wie sollen die da angreifen aber jetzt kommen sie okay ich wachsen die nicht ganz so schnell wie wir so die sind weg die fliegen jetzt eigentlich zurück wollen wir aber nicht wir wollen dass wir gehen jetzt direkt in angriff das hat ja sonst hier also wirklich geht ja mal gar nicht so genau die greifen uns sind ist okay sollen sie ruhig machen sind auf jeden fall stärker was benötigt den meisten schutz die kolonien die energieversorgung power plants are destroyed then the entire base will be lost that is the practical place to defend naja eigentlich würde ich ja sagen die die gebäude also die zivilen gebäude aber jetzt ziehen die sich alle wieder zurück hier ich glaube ich greife jetzt mal die drohnen stöcke auf jeden fall an weiß nicht ob ich wenn ich das jetzt angreifte und das auch nur sind so viele wenn der drohen stock jetzt weg ist was die überhaupt machen ob ich jetzt ganz muss ich jetzt die ganze basis zerstören geht das ding jetzt mal kaputt wo sind jetzt alle weg ja das ging ja ratzfatz ne reicht wohl noch nicht okay schade das ist zwar ziemlich kaputt aber reicht nicht aus wir machen wir ganz schnell die drohnen stöcke greifen uns natürlich auch an okay jetzt wird das ding natürlich repariert das ist natürlich hässlich ja dann brauchen wir doch mehr brauchen wir doch mehr drohnen oder wir machen erst die energieversorgung blatt das wäre wahrscheinlich effektiv okay ist ja mein erster kampf also ja muss man erst die energieversorgung ausschalten wir haben jetzt zwei hier haben wir auch noch eine und hier haben wir so einen stock so einen drohnen stock okay was sind das hier eigentlich eine relais station hier ist ein windpark okay was wir natürlich machen könnten können wir auch ausprobieren im prinzip ist es jetzt ein testen weil das ist noch nicht mal hier im im schutzbereich der drohnen stöcke ach der hat da oben jetzt noch einen drohnen stock hingebaut okay ich muss die irgendwie dazu bringen nichts mehr zu haben richtesten die bauen ja auch immer nach ich glaube ich brauche noch mal so einen drohnen stock äh so einen doch drohnen stock jetzt zappalot verdammt das ist ja hässlich wie kriege ich denn die dinger weg da muss ich vielleicht noch mehr forschung ins militär hier so ich muss halt einen so blöden drohnen stock mal weg bekommen hier vielleicht alle mal da drauf oh man das ist echt aber die sind so schnell teilweise weg ne ich muss die irgendwie sammeln jetzt umpflege ich das jetzt hier erstmal ein paar nachholen kann hier ja gut der scanner ist relativ unwichtig eigentlich aber so schnell kann das nicht mehr aufbauen wenigstens ja wasser überall wasser glückwunsch du hast wasser aufbereitungsanlagen das gefrierwerk und das pumpwerk freigeschaltet du kannst jetzt das erste wasserversorgungsnetz auf dem mars errichten bisher hast du wasser ausschließlich aus eis gewonnen doch diese technologie ermöglich ist dir wasser aus gewässern zu sammeln und an deine farmen biokuppeln und städte zu verteilen was ich ja nicht habe diese gebäude benötigen eine gewisse menge fließwasser um zu funktionieren verbinde sie über leitung mit deinem wasser aufbereitungsanlagen wenn ein gebäude zu weit entfernt ist kannst du dein netz mit hilfe von pumpwerken vergrößern ein gefrierwerke wandeln fließwasser in eis um und ermöglichen so in späteren phasen des terraforming plans die versorgung von basis kolonien und nahrungsfabriken mit wasser das ist ja so verbesserter drohen stock machen wir erstmal das hier so jetzt ist nämlich die frage nein ihr sollt jetzt nicht direkt rein fliegen ich kann kommunikate with others and express my feelings and thoughts das stimmt wohl der mars nicht er kann das nicht der kann wohl nicht kommunizieren aber wer weiß ich könnte mit planeten auch kommunizieren ich glaube wir zerstören dass das da oben den drohen stock hier ob wir das hinkriegen genau dann wollen wir erstmal hier auf das ding fliegt jetzt natürlich direkt da rein unautorisierte basis nicht autark gelaufen machen wir das auf jeden fall schauen wir jetzt noch dass man hier vielleicht noch mal angreifen hier ist jetzt auch kein kein solar hier halt aber ja gut wir gehen jetzt hier rein und versuchen das hier zu vernichten dass wir wenigstens eine weniger haben okay das ging ziemlich schnell ja gut jetzt auf einmal funktioniert ja gut dann ist die basis wohl geschichte hier oben ja der radiert hier alles aus das ist natürlich bitter und wir haben jetzt hier so schöne wasser aufbereitungsanlagen wasserpumpen aber wo sollen wir denn hier wasserpumpen hinstellen bitte wo holten der das wasser her das ist eine gute frage ne also wenn ich jetzt hier wasserpumpe wo der ist doch noch gar kein wasser verstehe ich es nicht wandelt fließwasser in eis um mit basiskönigen nahrungsgeliefert werden können okay das ah ok mhm und das hier wasseraufbereitungsanlagen braucht ja wasser ok gut ja wie dem auch sei wir zerstören erstmal die basis dann haben wir das hier erledigt das machen wir noch schnell würde ich sagen dann lassen wir mal schneller laufen dass die sich mal ein bisschen ja dann lassen wir die drohnen sich mal austoben eigentlich muss doch hier nochmal so eine KI sein oder wenn ich hier mein das ding hat gerade eben wieder was aufgebaut da unten oder versucht da was ist da und da ist noch eine Aluminiummine hier hallo da ist doch noch was macht das doch auch noch sonst funktioniert das doch nicht oder da wo ich am lande platz das ist schön so jetzt für mich will die die der 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 k der die die der 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 gern kann ich die jungen zurückschicken kann ich dich kann die nur teilen oder alt nehmen wir einfach mal 100 100 muss ich den alt loslassen wahrscheinlich keine ahnung keine ahnung ich schicke jetzt einfach mal dahin so ein landeplatz werden wir nächstes mal bauen in dem fall können wir wahrscheinlich hoch auch allerdings ja gibt schauen wir mal was man was wir machen ich weiß es aktuell nicht mal also wir haben thg import zusätzlicher landeplatz weltraum spiegelanlage können wir noch machen wir wollen hier die bar ja noch erhöhen wir können noch mal kolonie migration starten starte eine neue basis ja gut dasselbe wieder das keine neue basis in dem sinn sondern einfach ein neuer flutzone das auch flutzone und das hier ist üble flutzone wir können aber hier basen starten wo wir wo wir die infofelder haben das könnte man machen dann bräuchten könnte man da nämlich forschen und uns so ein paar forschungspunkte holen hier wird auch nichts weiter gebaut oder wir haben wir das weiß ich nicht das weiß ich nicht ach so waren da waren das alle gut dann bedanke ich für das zuschauen wir machen hier nächstes mal weiter und setzen unseren landeplatz bis dahin und tschüss